Läuft. Läuft. Läuft wirklich. Oh, ist das warm, ey. Also, wir haben jetzt hier gerade 35 bis 38 Grad. Wie fühlt man sich so? Pfeifen. Wir haben uns hier absolut legal die komplizierte Genehmigung zum Dreh auf diesem Gelände geholt. Ungefähr 200 Formulare. Ist uns natürlich auch wichtig, dass das alles korrekt ist. Also, wir wollen ja jetzt hier nichts Verbotenes machen, das geht ja nicht. Ich zeige euch jetzt mal, wie am besten sein Stativ aufbaut. Das ist nämlich recht schwierig. Man muss da mehrere Schritte abgehen. Als erstes aufbauen. Ich bin jetzt gerade am Arbeiten an der Hintergrundmusik für Timebreaker. Da haben wir bis jetzt Klavier, Orchester und noch einige Synthesizer verwendet. Und werden dann gleich noch eine echte Gitarre da drüber setzen. Ich bin mir sicher, dass es eine Aufgabe für ein ganzes Leben ist. Selbst, wenn man die USA ausschließt. Das war doch krass als davor. Wie wir ihm das anbieten. Ich bin jetzt dabei, hier die Off-Stimme für Timebreaker zu editieren. Also wir nutzen ein bisschen Equalizer und Konfessoren und so. Damit das sich nachher perfekt ins Video einfügt. Das bringt mir auf jeden Fall mega Spaß. Es ist kurzwahlfrei und das seit etwa fünf bis sieben Jahren. Ich bin Timebreaker. Es ist kurz vor halb drei. Das seit etwa sieben bis fünf. Das seit etwa sieben bis fünf Jahren. Was heißt das? Auf jeden Fall nochmal Danke an unseren Special-Gästchen-Video. Das war das Making-Off zu unserem Video Timebreaker. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht zu abonnieren und gebt uns einen Daumen hoch. Schreibt uns aus Verbesserung oder wünscht in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video. Okay, on läuft. Wir sehen uns beim nächsten Mal.